Wir treffen unsere Helden, verschwitzt mit Natur, von all ihren Entdeckungen. Da ist ein Pokémon! Ja, ja! Stirb, Schlampe! Gibst du jetzt auf, Taube? Aber mit Tieren! Aber mit Tieren! Pokémon! Ja, Ash, schau auf meine neuen Pokémon! Der hat das Reckalack und der hat schon Belug. Dreck, du hast psychische Probleme. Es ist cool, dass du welche hast, aber ich denke, ich sollte mehr über dich wissen, wenn ich mit dir durch die Landschaft reise. Das ist rassistisch! Ist es nicht! Ich weiß ja nicht mal, was du bist! Ash! Ash! Ich hab vergessen, dir das in ein Labor zu geben. Es nennt sich ein Pokédex. Danke, Professor, aber was ist das für eine Scheiße? Was ist das? Es ist ein technologisches Wunder. Du hältst es auf ein Pokémon und es sagt dir, was es ist. Und es sagt dir alle Fakten, die du über dieses Pokémon wissen musst. Ich habe es selbst davon. Wir leben nicht in 1915. Das ist eine Ratte. Ratten haben Schwänze. Beeindruckend, oder? Professor, ich weiß, dass Sie solche Dinge mögen. Aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Außerdem habe ich schon längst ein App für mein iPhone dafür. Jo, das ist voll hier, Ratte. Ratten sind für alte Leute. Ihr ist ein Laserstroh... Ich geb das einfach Dreck hier. Er hat eh keine Augen. Los geht's, Dreck! Auf nach Hulu, Lulu oder wie verfickt es auch immer, heißt City. Nur wenn ich den kleinen weißen Arsch anfassen kann. Dreck, warum sind diese Dinger immer der letzte Scheiß? Hey, Opa! Hey! Du... Du erinnerst dich immer noch nicht an meinen Namen? Zu meiner Verteidigung, ich habe Demenz. Ah, Hosen geschissen. Oh, oh. Kniehohes Gras. Wir gehen besser nett und langsam. Ende halten? Nein. Okay, Schritt für Schritt. Bereit? Nett und langsam. Ah, Gottverdammt! Das ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen sind allererisch gegen Feuer. Warte. 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 Genau. Voll das Eichhörnchen. Yeah, iPhone! Du bist Arschklauen. Arschklauen war es. Gary. Mein Name ist Gary. Du bist ein Junge? Nett. Und langsam. Ah, verflückte Scheiße! Hast du... hast du gesagt, Ash ist hier lang? Oh ja, Ash. Was für ein Junge. Weißt du überhaupt noch, was wir getan haben? Hm. Das Abschlachten all deiner Pokémon. Ah, schon wieder Hosen geschissen. Ich habe genug davon. Komm, lass uns zur Poké-Klinik gehen. Wie wäre es mit einem Kitzelkampf? Was? Nein. Ich komme auch nicht. Hey, da ist Joy. Ich bin blind. Kann ich dein Gesicht anfassen? Nein, mein Gesicht wurde für Blinde auf das Pult gedruckt. Kannst du mein Pokémon heilen? Sicher. Leck es einfach auf die magische Heilmaschine. Kann mein verletztes Knie auch auf die Maschine? Ich habe keine Augen. Kann ich mein Gesicht drauf machen? Das glaube ich nicht. Dein Gesicht ist echt heiß. Bleiben Sie einfach unter dem Pult. Vier Jahre. Vier Jahre habe ich Medizin studiert. Dann habe ich dieses Ding erfunden. Jetzt bekomme ich nur noch den Mindestlohn. Ich hasse dich. Du weißt schon, dass die Tür mit der Hand aufgeht. Ich drehe einfach gern Dinge. Ash. Ash. Du hängst ja immer noch hier rum. Gary. Woher hast du diese coole Musik? Oh, ich habe ein Pokémon geklaut und jetzt bin ich böse. Böse Leute bekommen Musik. Cool. Und von wem hast du es geklaut? Alte Lady. Cool. Du bist nicht der Einzige, der Pokémon fangen kann, Ash. Schau zu. Ich bin verfickt gut drauf. Zeit für Kampfschlampe. Yeah. Yeah. Bowie. Du hast einen Frosch? Ah, die Fresse. Er ist in Ordnung. Ribbit. Frosche hüpfen, wenn du sie fallen lässt. Affe, benutze... Äh, äh, ja genau das. Oh nein, zur Hölle, warum hast du das getan? Böse. Schon vergessen? Mein Affe ist verletzt. Beweg deinen faulen Arsch und mach ihn okay. Fass mich nicht an. Ich bin Schwester und keine verfickte Tierarztin. Leg es einfach auf die Burbu-Beding-Buh-Maschine. Du bist trotzdem nicht der beste Pokémon-Trainer der Welt. Ich bin's. Schau doch selbst, Ash. Ich bin der beste Pokémon-Trainer der Welt. Niemals. Ich bin der beste Pokémon-Trainer der Welt. Nur ich bin... Das ist doch Folge 2. Und dann scheiß ich mit anzuhören, treibt mich jetzt schon zum Wahnsinn. Büssten Sie nicht zur Schule oder so? Ich mach's. Affe, du bist okay. Die Steuern kehren zurück. In der nächsten Episode von Pokémon, aber mit Tieren. Ash und Dreck reißen zur nächsten Tür und treffen auf Mistvieh. Nein, diesmal wirklich keine Schatzis. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Manch einer wird mich ein besissendes Schwein. Ach, scheiß auf die. Ich zieh mir das Ganze live rein. Schau immer in mich rein. Mit den Tieren ist der Siegwein. Werde ich der Champion sein. Pokémon, Komokratie, wir sind meine Bälle. Ja, Spaß nicht sein. Ich bin so ziemlich da Freunde ein. Pokémon, das hat's gewählt. Es ist wahr. Pokémon, Pokémon sitzt und schlacht den Tag. Du gibst auf, sonst schlag ich den Pokémon. Aber mit Tieren, aber mit Tieren. Pokémon, aber mit Tieren, aber mit Tieren. Für nichts, hörte noch eins, singe ich dieses Scheißlied weiter.